jetzt müsst ihr vorliebt mit mir nehmen wir verabschieden uns vom gletscher und steigen jetzt vom snowboard auf das fahrrad und ein kleiner schwenk noch mega geil mit dem nebel rauf wie runter diese coolen ziegen und die lassen sich hier nicht verstecken obwohl die ja mitten auf der straße unterwegs ja nico hätte eigentlich zum tierfilmer werden wollen glaube ich geiß lachkugel mittelstation heute in fahrradklamotten und nicht in ski sachen was waren wir gestern in snowboard und jetzt schauen wir mal auf welchen trail es uns zieht und zwar mit der blauen line begonnen oben der anfang ist aber glaube ich immer blau soweit ich das verstanden habe und ja selden hat ordentlich ausgebaut also wenn ihr die letzten jahre nicht da war dann lasst euch mal überraschen was da alles dazu gekommen ist ich war tatsächlich schon ein zwei jahre nicht mehr dort und war total erstaunt also man kann einen tag definitiv locker verbringen eventuell sogar zwei oder drei wenn man wirklich jede strecke ausprobiert es gibt nämlich auch noch ein zwei strecken zum dazutreten wir haben diesmal aber die gondelnahen strecken ausgewählt und da haben wir mehr als zu tun und wir waren eigentlich auch fast nur auf blau und rot unterwegs es gibt auch bei beiden gondeln eine schwarze strecke mit einigen drops petra war nämlich blau und deswegen ist sie so gut gefahren gar nicht wahr nur mein fahrrad ist blau wie ihr seht ja am tag davor waren wir ja am gletscher unterwegs da gibt es ein eigenes video dazu habt ihr vielleicht schon gesehen wenn nicht dann verlinke ich es euch noch mal unten angepinnt in den kommentaren ja guck w w w w w w w w Untertitelung des ZDF, 2020 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 Passend zum neuen Bond ist hier das Auto von einem älteren Bond Das ist doch vom Ali das Auto Schick ihm mal ein Foto Ob das wohl auch den Trail runtergeschickt worden ist? So wie es ausschaut wahrscheinlich schon Wir passen gerade noch auf den Gipfel vom Geißlach Kugel zu dieser James Bond Lounge Aber da oben hängt schon eine Wolke, wollen wir mal hoffen, dass der Wind die nochmal wegpustet Und so schaut es nach unten aus, müssen wir nutzen, solange es noch geht, der Blick noch da ist Wir machen uns gerade noch schlau, welcher Bond es eigentlich war, hätten wir natürlich auch suchen müssen Und so schaut es nach unten aus, wenn wir mal sehen, dann geht es noch mal in der Wolke So steht es 007, schau jetzt einmal in der Wolke Oh oh Es schneit Das ist der Gardel Nummer 13 Ich sitze mit den Bodgerlern Ich sitze mit den Bodgerlern Na Gott Diesmal überlebt Was und hier nicht alles gibt Und so schaut es hier oben aus Da ist nur Wolke Aber hier rüber gibt es dann doch noch ein bisschen Aussicht Und hier hinten das Gipfelkreuz Na was sagst Ja, sauer Aber kalt, gell? Immer tatsächlich am Kreuz Gut, weit war es jetzt nimmer Aber frisch ist es wirklich Sau kalt auf gut Deutsch Bäh Aber hier gibt es noch mal ein bisschen mehr Panorama Und damit ging es dann auch wieder zurück auf den Trail Diesmal auf die rote Line beim Geislach Kugel Wauw 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 Oh! Haha, das ist gut! Wir haben auf Gigi Joch gewechselt, also die andere Gondelbahn. Gigi Gigi! Und da sieht man den Fade schon. Sieht mega aus. Sehr cool. Und da oben ist auch schon die Station. Gleich geht's los. Jetzt geht's los! Eine schwarze Wolke ist da schon wieder. Hast du die gesehen? Die Gäste ist gut. Die Gäste ist gut. Die Gäste ist gut. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Oh nein, ich habe wieder ein Tierchen gefunden. Es beginnt. Heute haben wir keine Kühe, heute ist zwei Tage. Oh ja. Untertitelung. BR 2018 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 Ja! 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 Noch nicht zum Abriss-Ski, aber immerhin als Einkehrschwung. Panoramaalm. So viel gut. Herr Steff. Was isst du? Ich esse den Kaiser. Ach so. Du durftest nur tippen. Wir sind gut zurück am Auto. Und ja, Fazit, wie hat's dir gefallen? Ja, also mir hat's eigentlich ganz gut gefallen. Ich muss sagen, meine Naturtrails taugen mir so ein bisschen mehr. Ist jetzt nicht... Aber so gelegentlich mal Bikepark fahren, so zur Übung, wo man die Hand küssen kann, wenn man den Lenk in der Hand hat. Er scheint einfach besser kurven wie ich. Es ist ganz witzig gewesen. Also ich find's auch witzig und es ist krass, was die alles gemacht haben. Also auch die ganzen Nordschuhe. Ihr seht's ja vermutlich eh im Video. Das ist schon eine Hausnummer. Aber auch für mich ganz klar, also Naturtrail kann mehr. Aber coole Abwechslung definitiv. Das ist halt wie auf der Achterbahn. Und jetzt, wo keine Volksfeste sind, ein Traum. Genau. Und heute macht's selten schon zu. Also die Bikeparks, heute letzter Tag. Heute haben wir Tag der Deutschen Einheit. Ja, dritter Oktober. Dritter Oktober, ja. Und dann geht's schon in zehn Tagen, irgendwie habt ihr an der Panoramaalm gemeint, machen die jetzt noch Pause, gell? Und in zehn Tagen geht's dann wieder zum Skiweltcamp. Ja, und oben die Gletscher laufen vermutlich zum Skifahren. Und für uns geht's aber nochmal zum Bikefestival rüber. Rüber. Und davor ist Kaltan. Gerne. Kaltan. G-Bike Camp. Ciao, macht's es gut. Tschüss.